4. Februar 1965 Heute Morgen wachte ich erleichtert auf. Der Herr Jesus sprach, Der Friede sei mit dir. Es war mir nicht, als ob ich es nicht annehmen könnte. Im Folge seiner Worte kehrte die ersehnte Ruhe in meine Seele ein. Diese Friede verlieh mir eine untrügliche Kraft. Der Herr Jesus sprach wieder, Meine kleine Tochter, hast du viel gelitten? Der geblendete Satan konnte dich zu keiner Sünde verführen. Das Bewusstsein, das du meinen heiligen Willen weitertragen musst, versetzte ihn in blinde Wut. Darum wollte er dir dies aus dem Kopf treiben. Wenn mein göttliches Licht jener Seelen, die berufen sind, unser heiliges Anliegen weiterzutragen, über den göttlichen Ursprung erleuchtet, so ist das, das verdienst, deine Leiden. Groß wird das Herr der Gegner sein. Du wirst noch viel dafür leiden müssen, damit unser Vorhaben zum Ziel gelangt. Gib deinem Beicht, Vater, Rechenschaft über deinen Seelenzustand. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.